Hallöchen Leute, ich heiße euch, willkommen zurück zu einem neuen Part von Earn2Dine2 Exodos. Dem dritten Part davon, wir haben hier einen halb angefangenen Bus und ich würde sagen, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Beim Zombiesnieder-Metzeln, da haben wir aufgehört und da machen wir weiter. So steht es schon seit Jahren geschrieben und so möge es auch geschehen. Alter, der Bus haut so rein. Es ist absurd, ich liebe es. Weiter Turbo boosten, nicht runterfallen, ganz wichtig. Oh yeah, awesome. Würde ich so unterschreiben, das war ziemlich super von mir. Okay, und wir jagen natürlich alles in die Luft, denn wir müssen jede Menge Kohle hier verdienen mit dem Rennen. Oh, ich wollte gerade sagen, wir stellen einen Rekord auf, aber nein, tatsächlich eher nicht. Aber 126.000. Dafür kann man eine Menge kaufen. Seien wir ehrlich, wer kauft denn das hier? Ich habe vorhin gar kein Upgrade gekauft. Hä? Interessant. Machen wir Engine fertig? Gut, und dann würde ich sagen, wenn es für Treibstoff reicht, kaufen wir den auch noch. Und jetzt sollten wir echt gut unterwegs sein. Alter, schau dich den Bus mal an. Was für ein Prachtexemplar. So einen hätte ich auch gerne in der Garage stehen. Allerdings müsste ich mich dann dem Problem stellen, warum ich gar keine Garage habe. Deswegen will ich so einen doch nicht haben. Ich meine, das würde dann meinen ganzen Lebensziel in Frage stellen. Und, äh, ich weiß nicht. Ich glaube, da bin ich kein Fan von. Das würde ich mir lieber sparen. Out of Ammo. Ich glaube, die Waffe sollte ich demnächst auch mal upgraden. Awesome! Yeah! Okay, das war noch nur ein letzter Boost. Na, fuck! Schaffen wir es diesmal weiter? Wie wir es weiter schaffen? Ich finde es gut, dass der Bus bisher auch das erste Fahrzeug ist, das tatsächlich durch die Kisten richtig gut durchfahren kann. Ohne bemerkbar ausgebremst zu werden. Das ist wertvoll. Merkt euch das. Das ist was sehr Wertvolles. Fürs Leben. Für überhaupt. Na, machen wir die Waffe weiter? Okay. Danach sollten wir wohl dies... Oh Gott, was mache ich da? Nein! Oh, das war dumm. Das war dumm, das war dumm, das war dumm. Der Zitobo nicht so früh ein, lieber MOP männlich. Das ist ganz wichtig. Und auch da war die falsche Stelle dafür. Ist zu hoch gesprungen. Dummkopf. Shit! Nein! Du schaffst das. Du schaffst das nicht. Dein Rad hängt fest. Das war sehr seltsam. Ich würde sagen, wir sprechen das nie wieder an, warum dein Rad da festgegangen ist, okay? Das war wirklich sehr seltsam. Hey, hey, hey! Die Waffe kann einiges reißen inzwischen. Awesome! Yeah! Das ohne Treibstoff. Da gebe ich immer noch jede Menge Explosionen von mir. Okay. Bei 19.000. Damit kann ich auch arbeiten. Das würde ich sagen. Wir machen dafür genau das hier fertig. Wie geplant. Und dann gehen wir wieder los. Alter, ich bin echt schnell unterwegs. Bin ich vielleicht zu schnell unterwegs? Ach, was? Sollte man jemals zu schnell unterwegs sein? Das war zu schnell. Oh mein Gott! Man kann da oben landen? Bullshit! Ich habe es versaut. Ne, dumm! Okay. Ich habe es ja sowas von versaut. Das war mies. Das war richtig mies. Na, dann machen wir die Waffe fertig. Fehlt da noch. Bessere Reifen. Turbo ein paar Mal und ein paar Mal Treibstoff. Okay. Das heißt, das sollten wir eigentlich in absehbarer Zeit schaffen können. Ohne allzu große Probleme. Wuhu! Äh, fuck! Nein! Ich hasse es, wenn das passiert. Komm schon! Okay, ich glaube, es wird nichts mehr. Ich glaube, auch das habe ich wieder verkackt. Mann! Ich bin zu schnell unterwegs. Das ist das Problem gerade. Ich dachte nie, dass ich dieses Problem jemals bekommen würde. Ich habe es bekommen und es gefällt mir nicht. Diese Geschwindigkeit. Ich kann damit nicht mehr umgehen. Oh, fuck! Das war zu wenig Geschwindigkeit. Das war gut. Glaube ich. Okay, ich bin an der Stelle vorbeikommen. Das war gut. Jetzt noch hier versuchen, im Idealfall nicht runterzufallen. Wundervoll. Absolut wundervoll. Und ich habe noch 25 Schuss. Das gefällt mir auch ganz gut, wenn ich eich bin. Oh, komm schon! Die eine Stelle der Gegenfolger hat, dem gefällt mir absolut nicht. Oh Gott, nein! Bin ich schon out of fuel? Ja? Nein? Jetzt! Aber hey, neuer Rekord! Boom! 170.000! Verdammte Scheiße! Bessere Reifen, ganz klar. Und Turbo kann ich zweimal. Wundervoll. Das bedeutet, wenn ich mich gut anstelle, reicht jetzt eine weitere Fahrt und ich bin mit diesem Fahrzeug komplett abgegradet. Was ja recht wünschenswert wäre, tatsächlich. Fuck. Oh. Oh Gott! Nein! Falle runter! Okay, das wird mies. Wir werden hier nicht sonderlich weit kommen. Machen wir uns nichts vor, Leute. Oh. Vielleicht doch. Out of fuel. Wir müssen unten entlang. Unten entlang ist nicht gut. Äh, okay. Und auch immer, dass da oben jetzt gerade in die Luft gegangen ist. Ich glaube, ich bin verantwortlich dafür. Ich glaube, ich bin stolz darauf. Auf 155.000. Dafür kann ich mir... ...meinen Boost fertig machen und... ...ja, 130.000. Okay, noch einmal fahren, Leute. Dann werden wir das Ganze auch schaffen, weil... ...dann sind wir ja... ...vollständig abgegradet. Dann darf ich so ein Bullshit wie das gerade eben nicht mehr machen. Und dann... ...dann sind wir ja vollständig abgegradet. Ja. Wow. Dank dir Scheiße. Oh, ich hasse es! Weiß ich überhaupt der Sinn dahinter, wenn man da hoch kann... ...wenn man dann sowieso sich selber den Weg verbaut danach. Das ist doch dumm! Okay, nochmal. Ich freue mich schon, wenn ich meine Kopfhörer nach dem Spiel, wenn ich das hier durchhabe, mal abnehmen kann, weil... ...ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Könnte für euch eventuell zwei Tage her sein, aber... ...ich habe ja anfangs bemängelt, dass das Spiel ziemlich laut ist. Und tatsächlich ist es immer noch ziemlich laut. Oh, fuck, nein! Rüber! Oh mein Gott, das war gut. Das war super gut. Yeah! Bom. 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 Oh, diesmal ich... Oh, diesmal habe ich die eine Stelle wie ein junger Gott genommen. Habt ihr das gesehen? 1A war das. Das war super. Das war ein einzig Puff mit Sternchen. Die Fresse. Und schaffen wir es? Uh, wir schaffen es. Alter. Das sehen wir nach einem schnellen Auto aus. Und wir bekommen sogar ein Video. Ha! Wird fortgesetzt. Hey, du hast es in 59 Tagen geschafft. Mehr Fahrzeuge, mehr Level, mehr Zombies auf der Mobile-Version. Ist das in der Schwachsinn? Äh, play again, yes. Fange ich jetzt wieder von vorne an? Nein! Eigentlich wollte ich jetzt noch das eine Fahrzeug fertig machen, aber... Na gut, liebe Leute. Wie es aussieht, sind wir mit Earn2Dye2 soweit durch. Das ging unerwartet schnell. Vor allem war ich ziemlich sicher, was ich mit dem letzten Auto eigentlich noch hätte fahren können. Ist jetzt ein sehr kurzes Video, oder? Ich suche mal noch irgendein kurzes Flash-Game raus für diesen Part. Bis gleich. Okay, wie es aussieht, spielen wir das My Little Pony Quiz von JD Brownie. No, My Little Pony Quiz. Was ist der Gruppenname der sechs... Okay, falls ihr es nicht wusstet, ich bin ein begnadeter Pony-Fan. Hodehü und sowas. Und deswegen weiß ich es natürlich. Der Gruppenname der sechs Freunde. The main six, keine Ahnung. Elements of Harmony. Sechs Podis. Ich sage, es sind die Rainbooms. Shit! Nein! Yeah! Okay. Äh. Was gehört nicht in die Gruppe? Season 1, Season 2, Season 3, Season... ...Vier? What? Season 1. Oh Gott. Okay, versuchen wir es nochmal. Diesmal weiß ich Bescheid. Shit! Shit! Ja, Season 3 gehört sowas von nicht dazu. Oh Gott. Was ist der Unterschied zwischen... ...Tri-Light Sparkle und... ...Rarity? ...Einer von beiden hat kein Horn. Äh, okay. Yay. Yay, ich bin so gut. Äh. Nothing. Shit. ...Tri-Tri-Light's... ...Eilicorn. Okay. Okay! Wann wurde Twilight zu einem... ...Eilicorn? Ende von Season 3. Ich bin so gut! Äh... ...Corona... ...Wat? Äh... ...Äh... ...Äh... ...Ähm... Äh... Äh... ...Ähm... Okay. Äh... Lassen wir es einfach so stehen und... ...Äh... ...Was hab ich mir dabei gedacht? Gute Nacht.